Kannst du mir bei einem Problem helfen? Wie nein! Und willkommen zurück zur nächsten Runde Cleverbot mit Dr. Sommer. Und uns. Und uns? Und uns. Gut, wir haben schon ein bisschen Deutsch gehört. Und Cleverbot. Und Cleverbot. Reden wir mit Akzent mit Cleverbot, eher nichts verstehen. Okay. Oder vielleicht sogar gut. Nicht? Nichts weiß. Und so, wir haben mal wieder eine schöne Bravo-Frage hier. Hier ist eine Bravo. Guck mal. Und hier, ähm, Leo hat ein Problem, der ist 14. Und sein Kumpel will seinen Penis sehen. Also ich würde ihm da in die Eier treten. Also ich würde meinen Kumpel nicht meinen Penis zeigen, wenn er denn sehen wollen würde. Du? Also wenn jemand meinen Penis sehen wollen würde, würde ich auch nicht zeigen. Ja. Nur dir. Was ist denn da los? Da, mein Kumpel hat mich gefragt, ob ich ihm meinen Penis zeige. Angeblich will er ihn nur mal mit seinen vergleichen. Aber er ist ja doch nicht normal, das zu fragen, oder? Ja, du bist auch nicht normal, so zu reden. Oh, der kennt meinen Namen. Ne. Ey, was machst du mit meinen Schwester? Mit meinen Schwester? So heißt ihre Schwester übrigens. Für Leute, die es nicht verstehen. Okay. Ja, ich mach die Splotte. Du hast angefangen mit Sabrina. Nein, du. Ich heiß gar nicht Sabrina. Ich heiß doch nicht Sabrina. Du bist ja Sabrina. Nett, nett. Ich bin Coco. Hallo Coco. Jetzt kannst du deine Hand sagen. Ich heiße Leo. Obwohl, er kann uns ja nicht hören, wenn wir hier nicht den Knopf drücken. Nö. Okay. Kannst du mir bei einem Problem helfen? Wie nein? Aber ich brauche Hilfe. Wir lieben dich doch. Was? Aber der Jakob liebt dich. Der Kopf liebt. Ich dich auch. Clever, boah, das ist bockig. Bist du jetzt bockig? Nein, er dachte, ich sag fick dich. Ja, weiß ich. Aber das hast du nicht gesagt. Ah, schön. Hast du deine Tage? Oh, das kapierter. Wenn du ein Mann bist, kannst du mir auch helfen. Ah, guck mal, jetzt komm da langsam. Hat sich, Cleverbot hat sich beruhigt. Ja, da muss erst eine Frau ran. Mein Kollege will meinen Penis sehen. Soll ich ihm den zeigen? Ich bin dein Vater. Ich bin Luke. Ich bin nicht Lockmann. Ich bin Luke. Ich bin Gott. Wer denn jetzt? Der wird größte Wahnsinnig. Soll ich dich anbeten? Ah, guck mal. Kein, kein. Kein Gott mehr. Extrem Gott. Warte denn jetzt. Oh nein. Oh, sehr gut. Das ist der Stuhl. Ja, ja. Ja, man hat ihn. Ich glaube nicht. Also wir sitzen hier auf so Lederstühlen. Da knarrt immer so. Hallo. Ach so, ist schon wieder weg. Ja. Okay, Gott. Kannst. Dann nicht. Okay. Hilf mir bitte. That's not my name. What's your name? What's your name? What you name? What you name? Oh, warte, willst du reden? Okay. Can you help me? Sure. What do you need help me? Vielleicht ist der mehr so Englisch. Okay. Cock. Oh, Entschuldigung. Hat er nicht verstanden. Okay, frag, frag. Okay, frag, frag. Nein, nein, okay. Warte, 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 warte. Ah, abbrechen. Und jetzt kommt. My friend wants to see my penis. Is that normal? Ah. Ah. My friend wants to see my penis normally. I thought I was your wife. Okay. Okay. I have many boyfriends. You are just one of them. Say what? Oh. I have many boy. Really? Really? Are you sad? Nein, 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 nein. Bin ich der einzige Mensch? You're not human. You're my robot boyfriend. Jetzt wieder böse. Mensch Jonathan, Jun. Ich glaube, meine englische Aussprache ist nicht so gut. Aber der denn jetzt. Speed, sports, rent. Oh, das wäre eine andere Sprache. Warte. Können wir wieder Deutsch reden? Nein, aber du redest sogar Deutsch. Das war Deutsch. Du verstehst da was falsch, oder? Das haben wir immer abgelenkt. Ja. Soll ich meinen Penis zeigen? Ja, ja, jetzt zeig ihn. Warte. Ich mach die Hose mal zu hier. Warum ist die eigentlich auch... Okay. Also ist das normal, dass ich meinen Freund den Penis zeige? Er trägt Freundin. Das ist falsch. Aber das ist falsch. Ja, gerade hast du ja... Ach, aber dir zeigen es gut, oder wat? Der spricht kein Ruhrpott. Doch, pass auf. Jetzt sagt er, wat? Warum immer noch sprechen? Aber ein Geschiss ist auch ganz schön, oder? Wir haben immer so gemischt. Do you want to be my sex robot? Sexualbot. Sure, baby. Sure, baby. Yeah, man, yeah. Yeah, man, nein. Okay, kann man nix machen. Okay, warst du noch was? Do you have a penis? Ah, the pines. The pines, yeah, nice. Rules to life? No, man. Take a ride. Rubber, wood. Abmahnung. Du bist nicht sehr hilfreich. Abmahnung. Er war von Abmahnung noch. Geh mir jetzt nicht auf den Sack. Du willst... Oh. Du willst mir nicht helfen. Ja, sag ich doch. Oh. Oh. Type a number between 0 and 10. 0. Er ist ein Roboter. Okay? Ja. Jetzt hab ich dich fertig gemacht. Du bist doof. Du auch. Ja, dat kann er, weißt du? Okay, damit beenden wir den Part und sagen, wenn ihr davon mehr wollt, schreibt es in die Kommentare und ansonsten haut rein. Tschüss. Tschüss, ma. Falscher Arm. Falscher Arm? Falscher Arm.